Hallo meine Lieben! Wir nehmen heute Fußball-Chemisch auf mit meinen Freunden. Also ich zeige meinen Freunden, was sie machen muss, dann muss sie das nachmachen. Also wir fangen jetzt an. Bleib mal dabei bis zu Ende. Okay, wir fangen einfach langsam an. Also langsam. Wir machen uns erstmal warm. Meine Freundin muss sowas machen. Also von Freestyle. Sie kann auch das so machen, wie ich das mache. Ich mache das halt immer so. So. Und meine Freundin kann das so machen. Ah, hat sie einen Punkt. Meine Freundin übt jetzt ein bisschen. Und? Wie läuft's? Und? Was sagst du? Kannst du anfangen? Wir fangen jetzt an. Meine Freundin ist motiviert. Und let's go. Eins. Okay. Jetzt. Zwei. Zwei. Okay. Ein Punkt ist schon da. Wir fangen jetzt mit Shoot-Down Challenge an. Also. BAM BAM. Die Bälle Maradona. Ihr wisst, ihr wisst einfach Bescheid. Ich mache jetzt das einfach nach. Ich mache ein bisschen tricky. So. 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 Und so ist Ende. Meine Freundin kann das einfach hochwerfen. BAM. BAM. Und dann ist Ende. Probe für meine Freundin. Probe, komm. Eins. Zwei. Ende? Nein, nein. Meine Süße. Ist noch nicht Ende. Let's go. Jetzt ist Start. Ab jetzt. Eins. Zwei. Und versuche jetzt mit zwei Schultern. Ja, Schatz. Hintereinander. Eins. Bisschen höher. Bisschen mit ab. Du. Bisschen mehr Kraft, Schatzi. Eins. Zähl das. Zähl. Sie hat das einfach geschafft. Ich weiß noch nicht, was sie macht. In so ein Challenge, dass meine Freundin Ball hoch Nehmen. Also sowas. Sowas hat. oder sowas. Mach sie zwischen zwei Füßen, zwei Beine fest. Und dann macht sie sowas. Ja. Jetzt bist du dran. Egal. Versuche mal. Versuche mal. Komm, komm, Schatzi. Versuche. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Beinen machen soll. Ja. Einfach hoch, Schatz. Warte. Nicht einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. Das war mein Fehler. Danke, danke. Du machst zwischen zwei. Zwei Beine. Und dann versuchst du den hoch. Und dann von unten zu nehmen. Siehst du? Ja. Du nimmst den so. Und so. Und dann von unten. Versuche mal. Das ist nicht so nah. Ich brauche jetzt nicht Platz. Ja, Schatz. Schon besser. Noch einmal. Jetzt ist es richtig. Du hast es geschafft, Schatz. Noch einmal. Komm. Ja, das zählt der Punkt. Was? Ich will das anrufen. Okay, Schatz. Jetzt kommt die andere Variante davor. Also fangen Sie bitte an. Sieht ihr? Sie hat schon was drauf. Also diejenigen, die Fußballerinnen in ihrem Verein suchen, können sich gerne bei meinen Freunden melden. Sie sucht gerne jetzt einen Verein. Ja, suchen wir gerne einen Verein. Schatz für dich? Nein, ich habe es besser nicht. Besser nicht. Okay. Wir machen jetzt eine Challenge, dass sie in den Torsch halt den Ball legen auf die Linie Hier die Stor. Schlinge. Dann muss meine Freundin von hier aus in dein Stor treffen. Bereit? Genau. Ja. Ich habe dich mit. Ich habe eine. Ich bin bereit. Mach ich mit. Ok. Ich bin bereit. Okay. leider nicht getroffen nicht getroffen ich melde mich wieder bei euch oder wir melden wieder bei euch wir laufen jetzt wieder nach hause weil es angefangen hat zu regnen aber egal ist nur wasser okay wir sind fertig mit unserer challenge wenn euch gefallen hat könnt ihr gerne in die kommentare schreiben und einfach gerne liken und abonnieren bis dann